ja und damit willkommen zum stream von planet crafter ich hatte keinen bock mehr zu warten deswegen habe ich jetzt oben gescheitert man sieht ja mit meinen avatar mal wieder und eigentlich hatte ich vor das deal zu machen aber ja kann ich mir noch nicht holen mache ich später mal aber dafür haben wir ja noch das letzte content update wo wir halt ein fahrzeug haben ich hatte ja das als let's play rausgehauen und ich dachte mir du kannst das ja auch direkt zu machen dementsprechend würde ich sagen gehen wir mal rein und da brauchen wir nur kontinuierung weil jetzt kam ja fahrzeug dazu noch zuletzt das ist ja auch schon zwei monate sogar her glaube ich so ungefähr dementsprechend müssen wir mal gucken was halt wirklich neu dazu gekommen ist wie die tastenbelegung war die mods habe ich geupdatet die würde ich aber wenn ich dann dass die ziel starte wahrscheinlich alle rausschmeißen weiß ich aber noch nicht aber ja so dann wollen wir mal gucken die folgen kommen übrigens auch auf youtube auf youtube ist auch stream so ist das nicht aber ja also was gucken einmal dann müssen wir mal schauen wie was jetzt ist was dazu kam weil irgendwie konnte man fahrzeug bauen ich habe keine ahnung wie wo weshalb warum deswegen müssen wir mal gucken ob hier was neues bei ist wenn ich richtig liege hieß das ja man soll muss ja dann die baupläne nochmal scannen ich schau einfach mal wie genau das ist was wir hier noch so haben das hat mir erledigt das auch neue baupläne erhalten fahrzeug t2 bestands erhöhung der baupläne fahrzeug t2 ausstattungserhöhung fahrzeug unbegrenzte sauerstoff noch ein neuer bauplan fahrzeug t2 lampe fahrzeug t3 bestands erhöhung fahrzeug t3 geschwindigkeitserhöhung das war es da kann mir so ein bisschen was dazu klar warum halt auch nicht fundament gefälle kam noch dazu ist der winkel neu oder gab es den schon das weiß ich gerade gar nicht ja winkel war da auch neu manchen sachen weiß ich das gar nicht das ding machen wir jetzt ok aluminium super legium und irium stab es kommt ja eigentlich vor wir das gestern zuletzt gespielt haben aber das ist schon eine ganze weile wieder her dann würde ich sagen bauen wir das ding gleich mal dafür müssen wir einmal rüber und uns die ressourcen holen obwohl wir hier auch noch ein paar haben aber ich würde das dann drüben auch entsetzen lager erstmal nochmal klarkommen wo was war ähm genau alu super und irium stab aluminium hatten wir hier wo halt auch komplett alles voll war auch wo wir die schränke erweitert hatten naja zwei davon lecken tut es auch ein bisschen davon aber gut unten die radium stab die hatte ich vergessen habe ich dafür ein lager gehabt hier waren die wir haben einfach gar keine ich glaube wir hatten auch welche ich glaube wir die position ausgeschaltet gab das mal wie gesagt das ist schon ein bisschen näher wo ich das gespielt habe dementsprechend 456 789 das war doch die menge für das rezept ne genau genau den würde ich dann irgendwann platzieren vielleicht hier so wo wir das normalerweise daneben stehen können aber dafür ist ja einfach zu wenig beziehungsweise steht hier einiges beziehungsweise steht hier einiges in den weg rum aber kann man ja mal gucken ist das groß ähm natürlich geht das nicht geht das nicht da ist der stein halt auch im weg obwohl wir hatten noch eminentasten kombination ne das wir da rein bauen können aber wie waren das nochmal äh irgendwas mit snaps und snapping war das hummm mmmmm guck mir nochmal muss halt nochmal gucken wie das genau war ach das was soll das gehen noch so ups naja äh nee dann würde ich da nichts von bauen wie die Pilze mittendrin sind. Wir können die auch hier hinpacken. Okay. Machen wir das so. Verwenden. Herstellen. Zwei Raketentriebwerke. Einmal Uran, Eisen. Okay. Ich würde das mal wieder rausnehmen. Ausstattungserhöhung. Brauchen wir zwei Stück für T2. Malerweise. Zack, zack. Sechs Stück können wir ran heften, oder? Zwei, vier. Das wollte ich, das wollte ich. Das wollte ich, das wollte ich. Okay, der braucht auch noch mal ein Dreier davon. Natürlich geht das weg. Äh, also nur fünf, dann würde ich erst mal die herstellen. Wir brauchen zwei Stück von den Einser. Da brauchen wir drei Stück von der Superlegierung. zwei, drei Stück von der Superlegierung. Zwei. 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 Drei. Zwei. Zwei. wird auf man dazu gegriffen und ich weiß das gerade gar nicht silizium war hier ein 2 okay wie viel brauche ich denn dafür da brauche ich vier genau 2 3 4 ich brauche noch mal die radium super legierung super legierung wollen noch mal zwei stück vier stück zweimal um einen davon herzustellen ja doch ist es in ordnung war richtig stoff war das nicht so dass das automatisch abgeholt wird ganze zeit denn die raketen haben wir es hier voll ich drücke jedes mal die falschen knöpfe übrigens noch ich brauche mir davon eigentlich ja äh 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 8 wo war das noch mal aber gut wir brauchen erstmal die hier ne wir haben dann zwei stück obsidian war doch hier ja genau da ne ne dafür brauchen wir nur einen ups schon wieder auf den falschen knopf natürlich das krieg ich auch jedes mal hin aber wenn ich lange nicht gespielt hab krieg ich es auch wieder hin äh ich habe die haben nicht gehabt ich hatte die nur drüben ich habe die auch nie automatisiert gehabt aber ich wusste halt nicht dass da halt noch mehr zukommen aber ja ne pulsar braucht wir nicht und die brauchen wir nicht oh die haben wir nicht ne aber wie war denn das Rezept dafür ich bin der Meinung wir hätten auch ein Rezept und zwar hier haben wir das gar nicht fehlt uns das Rezept dafür noch dann müssen wir die an der Welt nochmal durchgucken ne ich vermute mal wir haben noch so ein bisschen was zu machen dann ach ja ne hier sind sie ok hab nichts gesagt ich habe nichts gesagt passiert aber wir bräuchten trotzdem das Rezept dafür würde ich sagen äh naja shiften ne oder die Steuerung die Steuerung zack 1 2 3 4 1 2 1 ok kann man die Rezepte mal rausnehmen machen wir erstmal das Fahrzeug fertig machen wir erstmal das Fahrzeug fertig aha dann brauchen wir dann auch nochmal zwei dann da auch nochmal zwei also vier Stück von denen schon eine Menge die wir die ganze Zeit brauchen ne Sauerstoff Fahrzeug Leuchtfeuer Fahrzeug Logistik was ist das denn aktiviert das Logistiksystem für ein Fahrzeugbestand aktiviert das Logistiksystem für ein Fahrzeugbestand ehhh ok machen wir mal so Raketen hatten Triebwerker hatten ja noch welche ansonsten müssen wir mal wieder einschmeißen also einmal für das Fahrzeug dann 2 4 mhm 4 6 8 sollten gleich mal was essen äh schwarzpulver hatten wir hier oder ja 2 davon und nochmal einer hat mit mir hier gehört wir hatten hier halt was zu essen naja normalerweise dass wir kein Autofood haben ist halt so ein bisschen blöd wäre auch ganz cool dass man sich das herstellen müsste und vielleicht dann extra so ein Lager hat wo man die reinpacken kann dass man automatisch ist dann aber dass man halt auch immer dran denken muss ich würde es cool finden aber ja ist ja nicht immer so 2 davon einer davon ähm das sollte ja auch mal umladern dass das auch hier drüben ist in der Regel okay dann schon wieder dunkel ähm ach ich hab dafür die Ressourcen für das Fahrzeug vergessen okay hab mich nur auf das andere konzentriert boah nochmal Stoff ne das nehmt ihr nicht raus Uran Uran war hier oder da ja immer Uran das stimmt ja die blinken ja obwohl sie gar nicht voll sind ne ups stimmt ja das war irgendwie die Mod war ein bisschen buggy dass er das halt nicht so macht wie es soll aber ja passt schon da hab ich mich gar nicht so weiter drum gekümmert vielleicht müsste ich da nur was ordentlich einstellen das kann nämlich sein naja ups immer durch die falsche Lücke durch die viel zu eng ist naja da hages äh die hatten wir gemacht ne 3 4 1 2 1 die passt halt noch der Rest alles rein dann können wir das auch nochmal fertig machen einmal warum hab ich die Chips eigentlich nicht wieder weggepackt also die überhaupt nicht ne ihr muss sowieso rüber ähm kann ich die einmal wegpacken so so dann Sonnenkristall oder Sonnenquartz und der Rest ist alles drüben sollte eigentlich alles da sein Schwefel hatten wir hatten wir Schwefel hier irgendwo oder war das noch drüben ah hier ich muss erstmal gucken 2 mhm drüben noch und hier wieder normal ah ne die macht er automatisch bin dann noch mhm dann brauche ich 2 4 5 5 5 von denen ich nehme mal nochmal aus den anderen raus dass er anzeigt also die ne die waren ja fast voll nur 2 4 hier hallo manchmal aktiviert er das alle zum rüberschieben nicht naja aber solange das nicht immer der Fall ist ist das noch in Ordnung einer davon einer davon die sind halt auch nicht alle voll oder naja ja doch also fast und hier geht das voll und dann brauchen wir noch 2 davon die haben wir zum Glück auch 2 davon ein von denen und einer von denen hier hat mir die Gas-Kartuschen noch irgendwo hier haben wir Wasser die Gas-Kartuschen hatten wir nicht oder? ich sage das ist viel zu lange her dass ich nicht mal ganz genau weiß was wir wo hatten die haben wir drüben ne? also noch nicht hier oder? sind sie oben weil wir die für was anderes brauchten das ist Wasser ne ne was war denn hier nochmal für ein Rezept das weiß ich auch nicht mehr ja was wird hier abgeholt Leiterplatten könnte ich mir auch mal wieder ein paar herstellen lassen ok hm was fehlt hier hin? abholen fehlt hier abholen fehlt hier beziehungsweise hier herstellen aber was brauchen wir denn dafür? die Larven die fehlen ok die wir automatisch normalerweise herstellen könnten hm naja gut gehen wir nochmal rüber lag es hat wirklich kurz gedeckt so jetzt haben wir alles hm hm den 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 ok ups nochmal das nochmal das 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 dann haben wir jetzt alles ansicht wechseln ok hinausgehen befreien hinausgehen ja klar lande ich oben auf dem Dach wählen sie die zurückbringen Fahrzeuge aus oh macht der dann automatisch aber wo kann ich die Dinger denn reinpacken? warte mal ok ok ah verstehe hab ich schon gewundert dass da kein Platz mehr drin war ok jetzt haben wir da sogar Platz und da kann man sich reinsetzen irgendwie mit mehreren Leuten ja kann man ok warum kam das eigentlich erst so spät rein? ist halt so die Frage ok warum kam das eigentlich erst so spät rein? ist ja eigentlich generell noch was neues ist und Jana ist grün achso du hast das gelesen achso verstehe du hast das gelesen gehabt und da ist bei der Jana ich hab gewonnen hä? aber ja der Typ der meinte was meinte der? ähm Mathe ist gelb und deutsch ist blau und deswegen meinte Jana Jana ist grün ok das Licht ja bin ich lange da bin am feiern du bist am feiern? ok was ist das für ein Fahrzeug ey und das praktische ist immer noch das hier ja gut ich glaub das ist ein bisschen größer wegen der Mod aber naja 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 kann ich noch was zu machen ja und den Geburtstag von ja den Geburtstag von meiner Mutter tschüss ok ciao ciao boink haben wir eigentlich großartig wirklich noch was zu machen? ich weiss das wirklich nicht wir haben eigentlich das gemacht was wir machen können jetzt ne? aber sonst hm ruckel aber wie gesagt schadet das als ich schon früher drin war äh F4 ist befreien ok vielleicht hinge ich da eben drauf fest auch nur vielleicht ja ja Wasser ich weiss hm bringen wir mal mit was ok ja ja Wasser ich weiss hm bringen wir mal mit was ok dann frage ich eigentlich ja eigentlich natürlich können wir da durchfahren apropos ich weiss gar nicht hab ich das noch gemacht gehabt hm ich komm wir ja gar nicht durch toll hm es gab doch noch so ein geheimer gang ich weiss gar nicht ob ich das noch mit reingemacht hatte was ich so zufällig gefunden hab wo ich mal auf screen geguckt hatte weil sonst hätte ich mich dumm und dämlich gesucht hm ups und dass wir halt unter Wasser sein können und halt unten die Sauerstoff trotzdem haben äh irgendwo hier hatten wir ja war das hier? also ich hab's doch wieder vergessen kann das sein weil irgendwo hatten wir eine Wand wo wir ja nach so einem geheimen rum hatten da hatte ich viel in den Kommentaren gelesen das sieht hier so aus aber irgendwie ist es nicht wo woanders hm muss ich mal nochmal gucken ich brauchst Rohstoff ok hier war das ne genau ah ne das hat mir sogar gemacht ihr habt mich zum sterben hier hingeschickt ihr wusste von vornherein dass es unmöglich ist es kümmert euch aber auch nicht schließlich ist alles worum ihr euch sorgt der Prophet und die Besiedelung neuer Welten wer auch immer dachte das hier wäre eine gute Idee ermücke zur Hölle fahren Begebung war nie eure Absicht seid verdammt Sentinelle ja wir waren hier aber schon ja wir waren hier aber schon wusste ich halt nicht mehr genau naja ah das war doch schon ganz schön weit weg da vorne hab ich geparkt und das war da hinten nice ne ich will es nicht abbauen ich wollte es nicht abbauen ich wollte es nicht abbauen ich weiß halt gar nicht ob da wirklich noch mehr dazu kam mal so was gucken kurz mal mal speichern mal mal speichern achso es gab es ja neue Tiere dazu ne wenn du ihn schifst mit dem in den dem New Rover, New Wild Animes, zwei neue Biome kamen dazu. Genau, da war ja was. Ich muss hier nochmal kurz gucken eben. Aber wo sind die? Das ist jetzt so die Frage. Wo sind die neuen Biome? Vielleicht hinten, wo die Gebiete waren, wo halt noch nicht so viel war. Ja.